Der Mythos lautet, dass selbst im Moment des Erhängens die letzte Erektion oder Ejakulation noch erfolgt, und ohne diesen Zugetzzwang des immer zu Späten, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, und deswegen würde man nicht das machen, von dem Kohen spricht, in den Begegnungen mit dem Realen, für das es kein Rezept gibt, und dem man immer wie der Zitteraal des Sokrates gegenübersteht, hier schnell nochmal zum Abschluss, zum Abschluss, zum Zuge zu kommen, um schnell nochmal davor ein Päckchen aufzugeben, auf die Reise, deren Destination und Destiny bereits beschlossene Sache ist, Schnell nochmal vor Ladenschluss die Post aufsuchen, damit die Post abgeht, und nicht der Post, wenn dreimal klingeln muss.